Jetzt ist Knossi dran mit der Rundnummer, mit Isabel Watson. Also ich glaube, das Größte, was es gibt. Ich bin wirklich gespannt, ob er diese Rundnummer hinbekommt oder nicht. Es war schon sehr, sehr lustig. Guckt mal, sexy da. Habt ihr gesehen, war sehr lustig. Wir gucken jetzt mal rein, was da passiert. Ja, hat er eigentlich ganz solide gemacht. Klar war das jetzt halt nicht so drin, aber er war im Rhythmus. Klar, von den Bewegungen her, gerade bei der Rumba muss noch ein bisschen mehr kommen, aber sonst war das eigentlich schon sehr, sehr gut. Bis dann, alles Gute.